Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag der 13. Dem ein oder anderen wird es jetzt gerade schaudernd den Rücken runterlaufen. Ja, es ist wieder mal soweit, da zu gutem, zu allem Guten oder eben nicht Guten kommt dazu, dass es draussen nicht schneit jetzt um 4 Uhr, sondern es regnet. Mein Gott, pfui, bitte, liebe Wetterfee, mach da mal was anderes, ich hätte gerne den Schnee wieder zurück. Aber kommen wir, bevor wir erfolgreich ins Wochenende starten, zu der letzten News-Folge der Daily-Ausgabe in dieser Woche, in dieser meiner Woche. Ab nächster Woche ist ja der Achim wieder für euch da. Was habe ich für Themen mitgebracht? Zum einen, Google stellt ein, dann eine Sprachsteuerung bei Adobe, Android Wear 2.0, Android Wear, mein Gott, ich spreche das immer falsch aus, Android Wear 2.0, die Schweizer Taxi-App, nochmals ein bisschen Google, Alibaba, Shield in Richtung Europa, Telegram, Desktop Update und das war's dann eigentlich auch schon mit den ganzen Themen. Gehen wir doch der Reihe nach, wie gewohnt. Zum einen, Google stellt ein, sie können nicht nur Dienstleistungen einstellen, sondern auch Projekte, die halt nicht ganz so funktionieren, wie sie möchten. Ihr Solar-Projekt, was sie ja vor circa zwei, drei Jahren aufgekauft haben, von der Solaria 50 war das, glaube ich, namentlich. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt ab den ganzen Informationen, die da auf mich einprasseln. Genau. Die Solar-Geschichte, die wird eingestellt. Sie werden sich auf das Projekt X verlassen, sprich die Möglichkeit mit Ballon ihr Internet in abgelegene Gebiete zu bringen. Facebook ist an ihrem Projekt, was eben über diese Solar-Flugzeuge passiert, noch dran, aber auch deren ihre Flugzeuge sind schon das eine oder andere Mal vom Himmel gefallen. Mal schauen, wie lange das mit Facebook noch weitergeht und was die dann für eine Alternative haben. Schade, aber ja, da sieht man mal, es wird fleissig geforscht, was ja auch gut ist und ja, es kann nicht immer gelingen, alles, was man möchte. Die zweite Neuerung ist, dass Adobe anscheinend an der Sprachsteuerung für Bildbearbeitung arbeitet. Also ich würde mich da freuen, weil ich bin ja grafisch und so sehr gut begabt, wenn es um Tortenschmücken geht, aber sobald es auf dem Computer ist, schaut es aus, als hätte es meine Tochter, die Jüngste, wohlgemerkt, gezeichnet. Und da würde ich mich doch freuen, wenn ich nächstens sagen könnte, Bild drehen. Gut, das kriege ich noch hin, aber irgendwie abnehmen, Doppelkinn weg, ein bisschen mehr Haar auf dem Kopf, das wäre doch was. Mal schauen. Link dazu mit weiterführenden Informationen, wie immer bei uns auf daily.geektalk.ch. Android Wear, ich spreche das immer mit weird aus, hat vielleicht auch einen freudschen Versprecher, weil ja, aktuell ist das Ganze doch ein bisschen weird da rundherum. Die Version 2.0 lässt ja schon länger auf sich warten. Die Beta für die Entwickler ist seit letztem, was war das, Dezember draussen. Somit dürfte es nicht mehr allzu lange gehen. Wie wir jetzt gehört haben, soll es im Februar diesen Jahres soweit sein. Denn leider werden es halt Google-typisch wieder mal die Fragmentierung, nicht alle bestehenden Geräte abgedatet können oder ein Update bekommen können. Ich hoffe, dass zumindest meine Fossil und was ich noch da habe, zumindest die eine oder andere davon ein Update bekommt. Und was ich noch mehr hoffe, ist, dass Google endlich mal ein bisschen was Schlaueres draus macht, als nur Notifications am Handgelenk. Da würde ich mir doch ein bisschen mehr wünschen. Dann haben wir die Taxi-App aus der Schweiz. Wir dürfen ja schon seit längerem Uber nutzen. Leider auch nicht an so vielen Städten, weil da gibt es immer noch ein paar lustige Städte, die sich dagegen wehren. Politiker und halt auch die ganze Taxi-Lobby. Der Schweizer Taxi-Verein hat sich jetzt endlich nach den vielen, vielen Jahren durchringen können und bietet den ganzen Taxi-Firmen eine gemeinsame App an. Also zumindest das Backend im Hintergrund ist das Gleiche. Jede Taxi-Firma kann sich da ihr eigen gebrandetes App kaufen oder besser zurechtbasteln lassen und dann online bringen in den Play Store und in den iOS, also in den App Store von iOS-Devices. Ob das dann die Lösung ist? Zumindest soll so sein, dass Bezahlung zumindest einheitlich ist, dass ich dann nicht für jede Stadt eine eigene Bezahlung noch aufsetzen muss, aber dennoch muss ich dann für doch jede Stadt wieder eine App laden. Und nee, liebe Taxi-Leute, habt ihr nichts gelernt von Uber? Ich hoffe, ihr werdet überrollt, wenn ihr so weitermacht, weil schade irgendwie. Ja, hätte man anders machen können. Alibaba will anscheinend doch Richtung Europa. Zumindest sind sie aktuell mit der bulgarischen Regierung am Verhandeln, ob sie da eine Niederlassung errichten werden. Ich nehme an, das wird dann das Verteilzentrum oder keine Ahnung, was da hinkommen soll, Fabrik, was auch immer. Spannend, spannend. Amazon könnte damit Konkurrenz bekommen. Die Frage ist nur, ist Amazon nicht schon zu groß bei uns? Oder ja, zumindest bei euch im Norden und bei euch, liebe Österreicher im Osten. Telegram. Die News nehme ich voran deshalb rein, weil wir wissen, dass einige unsere Hörer auf Telegram setzen und sich fleissig austauschen. Davon gibt es ja nicht nur Smartphone-Apps, sondern auch Desktop-Apps. Und die Desktop-App, die hat jetzt zumindest für ein macOS-Betriebssystem ein Update erfahren und zwar ein optisches vor allem. Auch im Hintergrund wurde ein bisschen was geschraubt, security-mässig und so weiter. Aber was vor allem auffällt, ist die optische Aufpeppung. Schaut auf jeden Fall schick aus. Wer es nutzen möchte, gerne. Ansonsten Alternativen gibt es ja genügend wie Franz, der dann auch noch mit vielen, vielen anderen Systemen es aufnehmen kann, wie Facebook, Slack und Skype. Etc. Ja, Link dazu. Könnt ihr auch vielleicht mal im Mutter-Podcast hören. Da haben wir eine Sonderfolge zum Franz oder eine Interview-Folge mit dem Franz-Entwickler gemacht. Genau. Zu guter Letzt nochmal was Google-mässiges. Google Maps wird ja ständig weiterentwickelt. Die sind ja sehr, sehr fleissig und auch sehr weit, was das Ganze anbelangt. Die Uber-Integration gibt es ja schon länger, sprich, dass wenn man einen Weg von A nach B sucht, dass sie einem dann anzeigt, dass man mit dem Auto gehen kann, mit dem Fahrrad zu Fuss oder auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, sofern das in dem Land geht, in dem ihr das gerade sucht. Und seit eben einer längeren Weile zumindest gibt es auch schon die Möglichkeit, dass man Uber anzeigen kann. Sprich, wenn es in der Stadt, wo ihr gerade seid und ihr die Route von A nach B sucht, Uber gibt, zeigt es euch alternativ Uber an. Dann draufklicken und dann geht die Uber-App auf und blablabla weiter. Mehr muss ich euch nicht erklären. Wer es schon genutzt hat, der weiß, wie das funktioniert. Jetzt kann man das Ganze machen, ohne die Google Maps App zu verlassen. Das ist natürlich sehr, sehr bequem. Und ja, mal schauen, wie das weitergeht. Solche Dinge werden wir in Zukunft sicherlich noch mehr sehen. In diesem Sinne, das waren meine News-Themen, die ich heute habe für den Freitag, den 13. Ich bin mir ganz sicher, ihr lauft nicht unter einer Leiter hindurch. Ihr seht keine schwarze Katze oder all dieses andere Zeugs, was euch Unglück bringen sollte. Denn heute ist ein wahrer Glückstag. Ich weiss das. Ihr werdet ganz erfolgreich ins Wochenende stürzen können. Euch schon bald. Mein Gott, das ist wieder Deutsch. Ich sollte aufhören und euch einen wunderschönen Morgen wünschen. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis nächste Woche zum Achim. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.